Ein ganz normales Frühstück wäre da nicht direkt in Sichtweite die Bombe. Auch wenn Sylvia Lusatis und Hartmut Frick neben der Fundstelle wohnen, Angst haben sie nicht. Wir wussten ja, dass die Bombe bewacht wird. Von daher, natürlich ist es ein komisches Gefühl und man denkt dran, hoffentlich passiert nichts. Also das ist natürlich dann immer so ein bisschen im Hinterkopf, wobei es aber nicht am Schlafen gehindert hat. So würde ich es mal übersetzen. Wie etwa 3.700 Menschen in der Cottbusser Innenstadt müssen auch die beiden ihre Wohnung bis 8 Uhr verlassen. Dann beginnt die Sperrung des 300 Meter umfassenden Sicherheitskreises um den Fundort. Wir hoffen, dass natürlich alles gut geht und wir wünschen dem Team vor allen Dingen Toi 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 und freuen uns, wenn wir wieder zurückkommen können in unser Zuhause. Verantwortlich für die Entschärfung ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst. Laut Sprengmeister Mario Büchner ist die Bombe deutscher Bauart mit russischem Zünder, eine sogenannte Beutebombe. Nach Abschluss der Evakuierung will das Team um Mario Büchner den Zünder entfernen und anschließend auf dem Tippgelände unschädlich machen. Der Zünder ist natürlich korridiert, der ist angegriffen und auch die Zünderbuchse, sodass man sich erstmal einiges handwerkliches Geschick dort einsetzen muss, um dann den Zünder von der Bombe trennen zu können. Ein 120-köpfiges Team aus Polizei und Ordnungsamt sind für die Evakuierung zuständig. Sie kontrollieren, ob Gebäude auch verlassen und die Straßensperrungen befolgt wurden. Es wird dabei natürlich auch geschaut, wo noch Personen wohnen, die wir so nicht auf dem Schirm haben, die gegebenenfalls mobilitätseingeschränkt sind, die also eine gesonderte Betreuung brauchen. Und die wird dann gewährleistet über die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Das ist alles soweit organisiert. Wir wissen, wir haben circa 100 Personen, die über 80 Jahre alt sind. Da liegt das natürlich nahe, dass da zusätzliche Hilfe notwendig ist. Aber wir denken, wir sind da gut aufgestellt und es läuft. Viele Anwohner sind aber nicht mehr anzutreffen. Die meisten haben ihre Wohnung schon wie angeordnet vor 8 Uhr verlassen. Die Straßen wirken wie leergefegt. Nur vereinzelte Autos im Sperrkreis müssen abtransportiert werden. Für die Evakuierung der Anwohner steht ein Rettungsbus bereit. Er steuert die Notunterkünfte an. Da der Zulauf auf die Sporthalle des Denbeck-Gymnasiums groß ist, wurde auch die Tonhalle des Leichert-Gymnasiums zur Verfügung gestellt. Insgesamt haben sich in beiden Turnhallen 120 Personen eingefunden. Eine dritte Turnhalle ist bereits vorbereitet. Wir sind hier in der Turnhalle des Max-Denbeck-Gymnasiums. Wir haben hier circa 80 Betreute. Wir sind also sehr gut ausgelastet. Es verlief alles sehr reibungslos. Eine gute Organisation seitens des DRK und der Igoanita. Und auch in guter Absprache mit der Stadt. Das Cottbusser Gesundheitsamt hat im Sperrkreis 8 positiv auf Covid-19 getestete Personen ermittelt. Insgesamt 14 Personen aus dem Sperrkreis befinden sich in Quarantäne. Die Betroffenen werden durch die Feuerwehr betreut und separat im Stadthaus untergebracht. Vor der Stadthalle befindet sich die Einsatzleitung. Von hier aus wird der komplette Einsatz koordiniert. Kurz nach halb eins geht hier die Meldung ein, die Bombe ist entschärft. Damit kann der Sperrkreis aufgehoben und die Straßen wieder freigegeben werden. Auch die tausenden Cottbusser, die wegen der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen mussten, dürfen nun wieder nach Hause. Silvia und Hartmut sind froh, dass die Entschärfung so bravourös gelungen ist. Wir sind gerade angekommen. Da kam unsere Untermieterin oder eine Eigentümerin. Und die sagten, Mensch, ist das nicht toll, dass alles ganz geblieben ist? Und da haben wir gesagt, ganz fantastisch, freuen wir uns total. Ganz schön erleichtert auch, dass es vorbei ist. Und jetzt hoffen wir, dass Corona auch noch vorbei ist und dass wir es langsam starten können und alles wieder viel besser wird. Und auf jeden Fall nochmal ein Dankeschön an das Team vom Munitionsbergungsdienst, dass das so reibungslos geklappt hat. Da haben wir uns natürlich sehr, sehr gefreut. Aber wir sind eigentlich auch davon ausgegangen, dass es funktioniert. Hat ja immer geklappt.